Hallo und herzlich willkommen bei VirtuFuze in einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey, dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Ja die eigene Hälfte der Insel haben wir durch Die Geschichte um Tyra haben wir auch mit einem Happy End quasi abgeschlossen Und jetzt wollen wir mal gucken ob wir da oben noch das Tierchen finden Das haben wir beim letzten Mal nicht gesehen wo wir da waren Machen wir mal und gucken sonst die zweite Insel Hälfte ab Bis gleich Jetzt will ich das so notieren, ich sehe es auch nicht Du bist es glaube ich nicht Ist auch nicht da, ne? Alphatil ist erlegt Okay Können wir vielleicht doch eher mal Warum auch immer da jetzt kein Symbol ist Hier unten Hm Hm Wir haben viele Brüder an die Athener verloren, doch wie... Gut machst du das. Eine gute Rede. Athena halten Reden, Spartiaten geben Befehle. Macho. Stünde ich unter deinem Kommando? Was würdest du mir befehlen? Dasselbe wie meinen Männern. Geschunden, blutig oder gebrochen. Halte dich nicht zurück. Geschunden, blutig oder gebrochen? Was lässt sich einrichten? Mein Herz schlägt schneller, Söldnerin. Aber... Aber? Aber ich kam wegen Kyra her. Sie ist es, für die ich kämpfe. Im Moment. Nun, wenn du diese Inseln für sie gewinnen willst, brauchst du mehr Soldaten? Sie würden nie lebend ankommen. Die Flotte der Athener ist zu mächtig und unser Schiff liegt auf dem Grund des Meeres. Meins nicht. Du willst sie auf offener See angreifen? Ist das noch tapfer oder schon Wahnsinn? Die Adrasteia und ich sahen uns größeren Gefahren gegenüber als ein paar Athener Schiffen. Du kämpfst wie Achilleus. Doch selbst du könntest nicht ihre ganze Flotte... Wenn ich genug Schiffe versenke, können die Spartaner durch... Da ist noch etwas. An Bord meines Schiffes ist noch ein Helm. Ich versenke die Schiffe. Das Meer ist zie... Irgendwo vor der Nordküste von Mykonos. Wir sahen die Festung Miltiares als... Die Pfeile sind dick. Das wäre jetzt noch eine Quest auf alle Fälle. Da drüben ist auf jeden Fall aber noch was. In your face, Alter. Die hat gesessen. Die hat gesessen. Da wollte ich eigentlich hin. So, dann können wir das nämlich auch noch mal abhaken hier. Dann haben wir die Insel fast fertig. Würde ich fast meinen, oder? Schön am Strand spazieren hier. So, dann können wir die Insel fast fertig. So, dann können wir die Insel fast fertig. So, dann können wir die Insel fast fertig. Für einen guten Sieg? Halt das mal anwischen, komm hier die großen nehmen wir uns mal vor. Muss ein, da oder irgendwo irgendwo. So, haben wir den auf. Ah, wird eng hier. Dein Prügeln ist ein bisschen hardcore. Das ist ein bisschen, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen. Vicky? Ja! Komm! Was ist er? Ist das neu, daß er... Ist das neu, das denn? Irgendwo ist da mal einer, nehmen wir uns jetzt mal als nächstes. Wo sind Sie, Daddy? Wo ist er denn? Ich muss hier noch ein bisschen beeilen. Was ist denn noch weg hier von mir? Was ist denn noch weg? too läuft doch andere thema auf vom tisch geld alter so was haben wir jetzt hier noch jeden fall da hin und den turm sondern eben alles leer gefressen hier sowieso nicht okay das ist das vor dann gehen wir aber erstmal da ganz hoch hier muss ich vorsichtig vor kommen mehr schön die artemis hier ne das ist doch gut schön auf die spitze klettern oder was hier da sind die schiffe auf jeden fall die wir bekämpfen müssen hier sind aber einige hier ist noch ein steinwurf von alfa die höre haben wir hier rumspüren wird sicher sehr an grenzen hier 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 Was? 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 Oh Gott. Und der Gnadsch! Die Kisten. So. Kiste Nummer 2. Warum? Aber dann sind sie glaube ich so gut wie durch. Da hätten wir noch eine Quest, Mission des Lebens. Oh guck mal hier unten dahin. Da haben wir noch den Steinbruch. Dann gehen wir erstmal nach da. Die Frage ist, ist man immer schneller mit Pferdrufen drum und dran? Das sieht so aus. So. Gucken, ob wir ihn da noch finden. Das ist ein Gaul. Nehm, alles mit. Dann wollen wir mal. Was? 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 Du wirst untergehen. Ja komm. Brennt alle. Brennt alle. Aber egal. Jetzt weg heile ich die Mittel. So. 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 Erledigt. Okay. Ja jetzt noch den letzten Punkt hier auf der Insel abgrasen. Und noch alles. Ja und dann zum Schluss noch die Burg. Aber guck mal da ist auch noch eine Quest, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ich will auch nichts halbes mehr hier übrig lassen, das ist ja das schöne. Da wird auch noch Bock, diese Zeitarbeiterquests. Ah, diese wasser Lieber, ne? So, ein Schatz habe ich schon mal. Zweiten. Der Rest wird sich ergeben, glaube ich. Okay. Na, wir müssen auf jeden Fall da rüber. Läuft! Läuft! Oh. Läuft! Läuft! Meltoni. tiene lauten. Läuft! 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 Ja. Ah, stirb. Der lässt sich irgendwie runterkicken. Immer noch nicht. Na gut. Mit dir ab. Dann nehm ich dir deine Arbeit weg. Immer noch mal. So, haben wir das auch. Jetzt wird noch ein Kriegsvorrat da oben. Da ist die Folge auch schon wieder um. Schon eine Weile wieder um. Na gut, eine Weile ist übertrieben. Aber ist schon wieder ein bisschen um. So, komm. Dann haben wir noch eine Quest. Da. Okay, auch für dich. Ja, ich kann jetzt eh nicht swipen, ne? Gut, dann führt jetzt zum Schluss nur noch das da. Ich hoffe, dann haben wir jetzt nichts umsonst gemacht. Besser heißt nicht unbedingt immer effektiver. Ne, ich sag Dank fürs Zusehen. Ich lade schon mal zurück dahin. Zu der Aufgabe geht es nächste Folge weiter. Bis dann. Tschüss.